Hello Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet alle einen sehr schönen ersten Advent. Heute wird der Gewinner oder die Gewinnerin gezogen von dem Freche Freunde Adventskalender. Sonea ist schon ganz aufgeregt. Ich bin auch super gespannt, wer gewinnt. Ich habe alle eure Namen aufgeschrieben und Sonea wird gleich den Gewinner losen. Also, ich drücke euch allen die Daumen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Ziehen wir gleich den Gewinner oder die Gewinnerin? Nein? Soll das Mama alleine machen? Na dann, du hilfst, gell? Sonea hilft fleißig. Oh, ein Teddybär. Hier ist nochmal der Adventskalender. Schaut ihn euch an in seiner vollen Pracht. Und einer von euch wird den jetzt gewinnen. Sonea sucht sich einen Zettel aus. Wer hat gewonnen? Zeig mal. Die liebe Watne Mama hat den Adventskalender gewonnen. Ich hoffe, du freust dich. Ich weiß, dass die liebe Watne Mama mir auf Instagram folgt. Deswegen werde ich dir gleich mal schreiben. Ich hoffe so sehr, dass du dich drüber freust und deine zwei Mäuse sich natürlich auch drüber freuen. Hier ist nochmal der Zettel. Ich hoffe so sehr, dass du dich drüber freust. Ich hätte es wirklich jeden Einzelnen von euch gegönnt. Leider kann bei solchen Gewinnspielen immer nur eine Person gewinnen. Aber ich werde auf jeden Fall noch weitere Verlosungen starten. Ihr könnt mir gern unten in die Kommentare schreiben, was ihr für Verlosungen noch sehen wollt. Es wird auf jeden Fall noch eine Veterin-Verlosung geben. Und dann werde ich mir noch zwei weitere auf jeden Fall noch ausdenken. Das bedeutet, ihr könnt auch kräftig mitwirken. Schreibt mir einfach gerne in die Kommentare, was es denn noch für Verlosungen geben soll. Ich hoffe natürlich, dass keiner von euch allzu traurig ist. Wie gesagt, ich werde noch mehr Verlosungen starten, weil es einfach gerade in der Weihnachtszeit möchte ich euch auch etwas zurückgeben. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch bei den nächsten Verlosungen am Start seid. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn für Verlosungen sehen wollt. Es schadet nie einfach mitzumachen. Es ist komplett kostenlos. Abonniert einfach meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Ich wünsche euch wirklich eine besinnliche und wunderschöne Vorweihnachtszeit. Jetzt fängt die Zeit ja langsam an. Ich bin wirklich jetzt schon in Weihnachtsstimmung. Jetzt mit dem ersten Advents hat das angefangen, dass meine Weihnachtsstimmung auch da ist. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss! Sagst du Tschüss?